Der Erika hat es vorhin gesagt, wir machen jetzt das letzte Lied. Schon? Äh, ja schon, ja. Ich weiss noch genau, zehn Jahre, als ich das erste Mal hierher gekommen bin. Es ist wahnsinnig. Ich kann es jetzt noch nicht glauben, in diesen zehn Jahren habe ich viel gesehen, ich habe meine Eltern gesehen, ich habe meine Kinder gesehen auf die Welt gekommen. Also schon zwei Sachen sind nicht geändert. Die erste Sache ist mein Applaus zum Musikmachen. Und zweitens sind ihr, die immer da sind. Ich danke dir allen, dass ihr nochmal da seid. Mein Schatz für eine Kiste. Nächste вопросы zu verwenden, in der Praxis. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020